Liebe Community, kennt ihr das Angebot des betreuten Wohnens? Diskriminierung tut weh, wir sind für dich da. Mit dem Angebot des betreuten Wohnens Teilhabe statt Isolation. Kennst du den Wohnungsmarkt in München? Dann stell dir vor, du bist psychisch krank, HIV-positiv und auf finanzielle Hilfe angewiesen. Wir freuen uns auf euer ehrenamtliches Engagement. Menschen mit HIV und der LGBTI-Community ein individuelles und würdevolles Leben und Altern ermöglichen. Du möchtest mehr wissen? Dann besuch uns auf der Homepage der München-Lz-Hilfe unter Angeboten Wohnen und Betreuung. Happy Pride and Stay Proud!